Lebe du auch, Arsch. Scheinbar nicht. Erweckt Verbündete, ne? Ich glaub, vielleicht heißt das Zombies ja mal rufen. Ja. Erweckt Verbündete, weißt du? Kann auch schon, ja. Ernsthaft. Ja. Ach, weil ich den Typen gekillt hab? Ja, ja. Oh, man. Ey, da fliegt irgendwas zu Simon. Ja. Der ist immer noch tot. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Unterschied war. Ach nee, der lebt wieder. Ach ja, rettet das Dorf, rettet die Welt. Noch mehr heilen. Spam. Und wo bin ich eigentlich? Ich stehe. Überall entschlossen mit nem Such. Buch? Was? Okay. Das war strange. Simon war das Problem. Ach so. Hä? Ja, ich merk schon. Weiß denn wie. Vlad wollte es öffentlich nicht sagen. Aber er wollte einfach nicht, dass du reinkommst. Hä? Schade doch nicht. Hätte sein können. Gut, dann kannst du wiederkommen. Müssten die heilen irgendwie, die Dorfbohlen, was auch immer. Vielleicht geht's hier lang. Warte mal, die labert da unten. Kommt mir mal. Nein, ich muss erst alle heilen. Ich seh da überhaupt keine Dorfbewohner. Ähm, hier? Ich seh auch keine. Warum keine? Ich merk wie die Leute reden, ja, ja. Also ich seh... Warum ist das bei euch so überwagt und bei mir nicht? Ich... Oder Hospice? Hospice. Immer. Okay. Äh, hoch? Was? Schöne Reigen. Wirklich ausgezeichnet. Ich seh auch nichts. Ähm... Aber egal. Gut, dass du aufnimmst. Ähm... 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 Gut, für mich finde ich... ...Marco sieht's geil aus. Teilen oder tolle Leute und ja ich wusste und haben recht viel tut mir leid ist ja auch jemand Klaus frag mal ganz laut erwartet das Spiel dann die Glück ein Leicht und Flamme Wasser Zauber Warte mal da hinten ist ein Buch Buchbuchung stimmt Angst Ah das ist schön 1 vor Ort kommen jetzt werden alle voll wegrennen Spiegeneffekte sie mich gar nicht im Spiegel hab Angst ich habe Angst kann man den zersteptern oben oder unten ein Typ mit einer falschen Erlinderung kriegt oh hallo Graf nie bis Patzen ist wann hier nie bis brentanöse ösön an die dre nie neike ohne ihre Ermet Hjelpen Mie gehad nie bis Gratt und Opektabot misankre Slotur deri um hi du wo hätt blokt die Slotur itreskir hooooh der Berg barreti Skada meh nu nur kombalüs mit first crackling öde nie leber minul walt Plot wirst vom Feinsten ihm bei Niedtlern geht er hat da noch wie dunkel und liegt die Welt hat Ningen womit kommen jede ich bin die Mauer die Ampia bohr die Ehe und zu Platz der Vampir Ja Helft mir, meine Freunde Antivaster Ach, der ist wahrscheinlich Ne, ich glaube, der musste mitkleben bisschen Mitkleben, okay Oder? Nein Nee, der ist einfach nur Also ich kann jetzt durch die Episode Damage machen, ne, seht ihr Okay Plitz ist schon richtig Erdplitz Donnerkarte, ging das nochmal so Nee, das trifft aber eher uns als den Nee, nee, wenn Gegner das trifft, genau Alles Bevor wir gleich alle beide sterben Jo Tschüss Du bist toll Oh Wir gehen Was geht hier nicht, hier ist kein Himmel Oh mein Gott, der ist gleich tot, ey, komm Boah, geht doch Nifflodno Yil Merba gratifull Treba Birimba neglada Dunkelheit Nifflhem 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 Okay Poltus Schmeckt gut eigentlich Was? Ja, wie halt die Dunkelheit so schmeckt Äh, ja Schmeckt ganz gut Bisschen Salz Gitter Hey, 10 Nach einem fürchterlichen Missverständnis griffen die Zauberer den Grafen an Der gar nicht anders konnte Als sie in ihre Schranken zu weisen Und in die Unterwelt namens Nifflheim zu bannen Dort sollten sie jemanden suchen Der sie wieder in die Welt des Dinglichen bringen konnte Und zu Tafnir Oh wei Das ist so absurd Oh, eine Hand Na, der war die Hand Weil wir nicht reden können Was kann denn der so? Was kann der so? Verleiht den Träger vampirische Kräfte Oh oh Ja Haha Dankeschön Oh oh Ja, an ihm, an ihm, genau Er kann Immunität Stellt Leben wieder her Indem er dies dem nächsten entzieht Also einen blauen Dock Cool Hör auf Ja, also Also, jo Und so Fackeln und Schädel und wo geht's weiter? Kehrt Leben schon Nein, wir hatten dann abmachen Aber sie sehen so toll aus, die Feinde Nein Was ist das? Nächstes Mal Totengeister Offenbar Gut dann Und so, ne? Und so Nächstes Mal gezahlt Jo Dann bis nächstes Mal unter Jo Wobei wir noch bis was Zeit haben Das heißt, wir können noch Bis auf Rödel geht ja noch eben Ja, können wir gerne mal Ich lege mich dann in die Haie Gut dann Oh, du siehst du Und nochmal Gut, dann noch viel Spaß Jo, danke Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ciao Jo, ciao So, und warum wirst du jetzt noch unten Ja, egal Das Video geht halt erst elf Minuten Oh, Mann Das ist das Problem an der Sache Dann mach halt nen Cut jetzt hier Ja, muss ich wohl Aber sie folgen dir so schön Das sieht so toll aus, wenn sie leuchten Ich habe aber auch keinen Bock mehr Noch zehn Minuten rumzulaufen Ja, schon klar Gut, dann halt Cut und anhängen Oder eben nicht Werden wir sehen Also dann Jo Tschüss Au Weiter geht's Ja Hallo übrigens Mit dem haben wir schon gesprochen Ja gut, dann Davon ausgehen, dass hier irgendwas im Nebel ist Denke ich, wir müssen hier weiter runter gehen Hm, gut möglich Waren da nicht letztes Mal übelst viele Viecher da Plötzlich Ja, das war glaube ich oben Ich weiß es nicht Also Irgendwie kam auf einmal Ganz viel Viecher Äh, was war Sprint noch mal ASF ASF, ja Okay Tod Jo Schaut aus wie ein Bosskampf-Area oder so Muss ja eine ziemlich große Bosskampf-Area sein Ja Oh, springen Nein Lieber nicht Also hier ist irgendwas Was ist hier? Gibt's hier was einzusacken? Nein Einfach nur random streben mit Oh, das steht dann Jo Geil Hey, die Kamera Ach nee, doch nicht Schaut aus wie ein Auch die Kamera So Hüi So Hilfer haben Haha Hüiii Party ohne uns, das geht ja gar nicht Hoffentlich haben sie Käse. Hoch. Leber. Leber. Stimmt, der gibt da Todesstrahl. Doch, Todesstrahl gibt bei denen. Ja. Aber eigentlich müsste Leben das funktionieren. Ah, ne, muss ich jetzt auch verliebt haben, wenn ich irgendwie heil. Au. Ah, fuck. Kannst du wieder. Ungesoppt. Boah, wie macht man Schild? Äh, eh und dann selbst. Hast du weg, Simon? Ja, natürlich. Ich hab vergessen, wie man selbst macht. Ja, heilt mich, Skelette. Danke. Super. Bleib mal vor mir stehen. Gut, also ja, Elektro heilt ihn wohl. Offenbar. Was irgendwie Sinn macht. Ja, wenn sie Elektro sind. Und ja. Aha. Unfähig. Doch, sehr gut wie nichts. Dex. Boah. Dem Damage. Habe ich irgendwas aktiv... Oh, doch. Meine Füße, wieso komm ich dich selbst doch? Einfach Schild und dann Leben und dann macht er diese Dinger. Hä? Achso, ja. Das ist natürlich immer für Priesten. Dann kann ich vergessen. Blöden. Okay. Hoch. Ah. Das war falscher. Das war ganz schön. Ah. Bis ich da mit meiner Steuerung wieder zurechtkomme, ey. Gut. Halt mal das dann. Jetzt habe ich... Blitzschild. So schön. What? Was ist das? Wasser? Dampf? Ja, das ist wohl Dampf. Äh, hoch? Ja, danke. Nee, das ist alles, was sie da haben. Achso. Ah, okay. Tot. Ich war irgendwo gestackt. Hä? Was? Achso, der ist selber Blitz, also kann er keinen Blitzschaden nehmen. Ja. Wird davon heilt. Ich kann mich... Ich kann mich auch nicht heilen. Ja, warte. Wieso, weiß ich nicht. Oh, das sieht nett aus. Ah, jetzt geht das. Warum gibst du mir plusgraue Zahlen? Ich weiß nicht. Was ist das überhaupt für ein Star? Ähm. Was hast du? WQ. Also, Lebenswasser. Oh. Cool. Lebenswasser. Mhm. Aber warum ist es hier so bunt und so fröhlich irgendwie? Auch die Musik, die man... Wasser kann nicht hört. Ja, irgendwie so... eher taurige Zirkusmusik als fröhlich. Aber naja. Ja, ich höre die Musik ja nicht so gut. Puch. Weck er nicht. Okay. Oh, das schlüpft sich ja noch weg. Haha. Ich denke mir, das schlüpft sich ja noch weg. Ja, ich bin... ...des Leid ja gewohnt. Aus Sanktem. Haha. Die beiden... Raketen-Ladies. Ja. Komm her. Ja. Okay. Okay. Nein, Simon! Hm. Und spieler Vlad. Ehhh... Sicherlich. Los, wir fangen tot. Wieso so versuchst du? Weil Vlad in letzter Zeit so vertrauenswürdig gewesen ist. Warum liegt hier ne Schachbrett rum? Und warum hast du ne Maske auf? Ist nur ein Haufen Müll. Okay. Und ne riesige Sand, oder? Tot! Fernreiß, die Vermutle! Ehh... 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 Achjaa? Also Fight! Ehh... 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 Mit Öl! Was? Nicht mit Öl! Mit Fett! Wo ist er hin? Ehh... Aber doch! Fett ist gut, ja. Hohohoho! Hahaha! Bei allem fliegt 30 Stück in die Luft. und... Ja! Oh... Der Tod ist tot! Der Tod ist tot! Der Tod ist tot! Ihr meint wohl, der Tod lebt! Der Tod ist mutig! Gratis. Das war ein sehr kurzes Kapitel. Ja, passt doch. Aber die Silhouette eines nahen Schlosses entzündete einen wärmenden Funkenhof. Das ist kein Ringbogen, das ist fast die Gay Pride Flag gewesen. Nein. Mit schwarz. Mit der Deutschland Flagge. Gay Pride, nicht Deutschland. Das ist schon klar. Aber da war eine Deutschland Flagge zu sehen. Also die obersten drei, was? Alles gut. Rip in Pieces. Oh, ich will auch den Pestilenzstab. Pest. Da, guck da oben, Deutschland Flagge. Ich sag dir. Wie kann man sich tele... Mars A. Guck mal, vergieren die Ecke, Simon, dann siehst du das auch. Ja. Da siehst du, ich hab dich gelogen. Ja, stimmt. Das ist was schwierig mit diesem Mausrad hier zu arbeiten. Man kann mit Mausrädern arbeiten? Achso. Ja, hier da die Sachen durchscrollen, weil wir irgendwie Todesbeschwörung da bekommen haben und ich find's aber nicht. Ja, okay. Das ist... Ich hab's gefunden. Ja, da. Ja, da. Oh Mann. Ähm. Zack, 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 zack. RQD? Er ist da. Er ist da. Oh! Nein! Geil! Hast du dich jetzt einfach selbst getötet? Ja, aber aus mir kommen Gule raus oder was weiß ich. Äh, das geht auch einfacher. Ne, irgendwann die Totenerweckung, das war ich. Nein, aber das sind vielleicht stärkere oder so. Jetzt war ich dran. Ah! Das gibt's nicht. Ne, die Gule, die hab ich versehentlich gemacht. Wieso kotzt der jetzt? Egal. Ne. Weil die Gule giftig sind. Wiederbelebt mich mal bitte. Help! Nein, 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 nein. Schiss. Die Gule stehen im Weg. Oh, trifft er den Gegner? Ja, der hat den Gegner. Oh. Okay, also One-Hit-Kill im Endeffekt. Aber lange zu kurz. Wer weiß, was für Marco du den nächsten nehmen musst. Den Rest, Marco. Ja, ja. Dank. Noch einer? Oh, oh. Hm. Komm, dann probier ich das mal. Totenerweckung gibt's auch noch, ja. Ja, Totenerweckung, das ist das, was ich verseh nicht gemacht hab. Immer ich, ey. Ich karte das gar nicht auf dich. Was ist das? Das kann man, glaub ich, nicht so bestimmen. Ich glaub, das ist so wie Donnerkile. Das geht einfach random. Aber Donnerkile, das geht... Ähm. Könnte mal jemand? Das kann man relativ gut bestimmen, ja, und... Oh. So. So zu müssen. Und auf jeden Fall ist er nass. Und dann... Der... 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 Der frisst mich einfach. Rett schnall. Rett schnall. Äh, man... Was ist das? Einfach retten. Er geht... Blah. Nomm. Ja, ich mein, nass oder keine Ahnung was. Äh. Bah. Netzwort schieße. Äh. Ich sag den nass, nicht feucht, ja? Ist ein Unterschied. Kommt das auf dasselbe, Marius? Ein ziemlich großer Unterschied, so. Ja. Ja, ja, bla bla. Different Palavale Video Fan is the same as Google Contractor, so. Gabe Wright! Nom, nom, nom. Auf dasselbeck. Finde das aber witzig. киff. Der, der... Der schmeißt die Körper nur auf'n Kopfundernami aber explodiert er. Ja. Hehehe, nein! I sh uncover this engine. Oh, okay. Also. RIP IN PIECES Guck mal ein Lungen Die wackeln drüber Wackeln der Lungen? Was ist so effektiv gegen die... Äh...mich mit nem Schildblock auf jeden Fall nicht Nein! Böses Spiel! Hör auf! Und... Nein! Was? Ich belebe ihn wieder, ich sterbe! Er belebe mich wieder, ich sterbe Nein! Nein! Heilige Scheiße, das Ding schreier! So! Verwaltungszeit, was machen wir nun? Toten beschwören, dann ist es abgelenkt Ah! Oh oh! Okay jetzt Soll's nicht mich essen, du sollst die Toten essen! Da, guck mal! Okay doch... Ja, wir sollten dann vielleicht mal Aber Toten sind cool! Oh, hallo verstehst! Ja, so ist brav, greif die Toten mal! Was ist denn Angst? Da rennen alle vor dir weg! Ja? Also falsche Normalzustand! Geh weg von mir! Nichts passiert! Quicken nochmal Blizzard! Äh, das wird gegen den kaum effektiv sein! Nein, nicht Blizzard, ich mein Donnerker! Feuersturm? Danke! Nichts passiert! So, jetzt kannst du mal Blitzschild haulen! Hat er schon! Zwei von denen! Boah! Sehr effektiv! Wie macht man mit denen? Dampf! Ähm, Dampf, Blitz, Arcan, Blitz! Also Q, F, A, S, A! Hab ich jetzt? Q, F, A, S, A! Okay, Markus, äh... Das stört, was du da machst! Was denn? Dein Blitzschild! Warum? Weil ich mich in deinem Game nicht heilen kann! Aber du... Ja, jetzt... Wirst du gehen! Ja, also jetzt nicht wirst du gehen! Aber jetzt... Oh, das ist praktisch! Du kannst ihn trollen! Oder auch nicht! Kommt! Das sieht nach Arena aus! Einfach durch! Ich glaub wir sollten gegen die Irmme kämpfen, aber egal! Aber müssten nicht, äh... nahe der Feuer stehen, wenn ich die Versuch anzugreife mit Donnercrap! Moment! Vielleicht gritsch ich hier aus! Den, 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 oh mein Gott! Ach, das geht hier drin nicht! Einfach nicht kommen! Das ist nicht! Oh, ich bin frob! Siehste? Passt! Was? 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 Das für Viecher! Zwergen! Bäh! Das ist ja ekel! Ach, die haben Rüstung! Tja! Hä? Der Boss ist tot! Ich kann dich nicht angreifen, du blöd! Jaja, du musst, äh, Stein nehmen! Weil die haben ein Schild! What? Ja... Okay! Der Bock! Ah, da kommt noch mehr! Wie wollen die da runterkommen? Außenrum! Dann legen wir ein paar Pfeilen, würde ich sagen! Aus dem Weg! Oh! Oh shit! Nein, runterschubsen! Ja! Komm her! Beste Art zu bekämpfen! Ja, wenn's möglich ist! Ja! Okay! Hast du den Weg? Oh oh! Runterschubsen! Nein! Warte mal! Ja, sie muss den Weg! Ja, sie muss den Weg! Ja, man ey! Ja, ja! Ich könnte teleporten, das ist wirklich nicht viel! Okay, vielleicht ein bisschen! Ja, okay! Dich wollte ich jetzt nicht unterschubsen! Rett! Ups, was ist das da? Ups! WTF, wieso nehmen die so viele Schaden? Weil ich Stein drauf geworfen Ne, guck mal, die ganz normale Arcan-Feuer-Strahl Die nehmen... Ah, jetzt nochmal Ah, so, okay Irgendwie sehe ich, weil ich steile gar nicht, deswegen Wart mal, da kann man die Axt nehmen, oder? Ne? Okay Ach ja Ja, ne Schlechte Idee Oh Nein, jetzt hast du den Kall geheilt Geh mal bitte Stück Stück weg Ja Oh, meine Ach, die kann man doch aufheben Ja Aber ich hab das grad nicht Hingekriegt Ähm Ja Gut Ja Guck mal Ups Sie bewegt sich nicht, wenn wir jetzt Oho The fuck Mach's wieder Ich denke, wir sollten einfach weitergehen Oder? Äh, du, dann Zillt wieder Ja, anders geht's ja nicht mit dem Viechern Ich würd sagen, wir Wir werfen da noch ein paar Steine Na komm Ganz komisch ist gleich der Kall Also, nass ist er Jo Oh Okay, dann würd ich sagen, irgendwie Sie scheiße Die Kobolde, ey Zwergen Egal Wille Viecher Oh, okay Man kann irgendwas untersuchen Flammen Okay, dann flammen Nein Ich sterbe Ich würd es doch, glaub ich, ein Flammen-OE einfach machen können, aber Ja, nein Das wär langweilig gewesen Ich würd es doch, glaub ich, ein Flammen-OE einfach machen